Und die nächste Aufnahme. Das wird die letzte Aufnahme von EZE sein. Oder auch nicht, ich kann dann noch später nach der Arbeit noch so eine Stunde drehen. Und die nächste Aufnahme von EZE sein. Und die nächste Aufnahme. Und die nächste Aufnahme von EZE sein. Und die nächste Aufnahme von EZE sein. Und die nächste Aufnahme von EZE sein. Ja, gut. 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 Ja, gut. Das war's dann und... Ja, was hat euch gefallen? Dann bis zum nächsten Mal. Ja, gut. Ja, gut.